In den Bereichen Neuverlegung von Fähr- und Entsorgungsleitung sowie Leitungssanierung gewinnt der unterirdische Rohr vortriebszunehmend an Bedeutung. Der Bauplatz an der Startbaugrube wird mit Schotter befestigt und der Boden für Kramlasten etc. verdichtet. Dann wird die Startbaugrube gesetzt. Hier wurde eine Baugrube mit einer Spundwand erstellt. Die Betonrohrelemente werden mit Lastwagen angeliefert, sortiert und auf festem Untergrund gelagert. Der Container mit dem Steuerstand, Schaltschränken und dem Hydraulikaggregat für die Pressenstationen wird so vor der Startbaugrube platziert, dass der Maschinenfahrer Blickkontakt zur Pressenstation hat. Je nach Platzbedarf wird so ein Rohrlager angelegt, das nach Bedarf wieder aufgefüllt werden kann. Die Betonrohrelemente sind bereits mit vormontierten Haltern für das Installieren der Leitung während des Vortriebs ausgerüstet. Eine Separieranlage trennt den geförderten Aushub. Für dessen Abtransport aus dem Bohrtunnel wird eine Bentonizuspension eingesetzt, die in dieser Anlage aufbereitet und dann dem Förderkreislauf wieder zugeführt wird. Die hydraulisch betriebene Hauptpressenstation wird in der Startbaugrube installiert. Der Druckring sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung der vier Hydraulikzylinder. Ein in der Baugrube gegossener Betonblock nimmt die von der Presse eingeleiteten Kräfte auf. Eine Anfahrtdichtung ist notwendig, um die Abdichtung zwischen Rohr und Erdreich zu gewährleisten. Ein genügend großer Startschacht erleichtert die folgenden Arbeitsschritte. Der Bohrkopf und das erste Maschinenrohr mit dem Antrieb auf dem Steuerzylinder werden in den Schacht abgesenkt und vor der Anfahrtdichtung positioniert. Das zweite Maschinenrohr wird heruntergelassen und mit dem ersten Maschinenrohr verbunden. Die Förder- und Speiseleitungen werden durch die gesamte Maschine geleitet und enden an der Separieranlage. Der Stofftransport stellt ein geschlossenes System dar. Die blauen Leitungen transportieren die aufbereitete Bentonie-Suspension in die Abbaukammer. Die grüne Förderleitung saugt die Bentonie-Suspension mit dem Abraum ab und pumpt sie in die Separieranlage. Dort wird das Bohrgut über Rechen, Siebe, Zyklone und Absetzbecken vom Wasser getrennt. Die Anfahrtdichtung wird nun vorsichtig durchfahren, indem die Hydraulikzylinder langsam den notwendigen Druck erzeugen. Die Pressenstation kann einen Vorschopf von bis zu 1400 Tonnen auf dem Rohrstrang aufbringen. Nun können die nächsten Maschinenrohre eingesetzt werden. Die Schnellverschlüsse der Speise- und Förderleitung erlauben einen schnellen Einsatz der Maschinenrohre. Die Betonrohrelemente sind während des Vortriebs großen Kräften ausgesetzt und müssen extrem robust konstruiert werden. Sie sind auf beide Seiten mit großdimensionierten Dichtungen ausgerüstet. Diese Dichtungen müssen zudem sehr flexibel sein, um seitliche Abweichungen während des Vortriebs auszugleichen. Nun beginnen die eigentlichen Bohrarbeiten. Nach jedem Bohrdurchgang wird ein Betonrohrelement eingesetzt. Die hydraulischen Pressen schieben das gesamte Maschinensystem mit den daran entschließenden Betonrohrelementen vorwärts. Das Schneidrad ist aufgepanzert und mit verschiedenen Schneidwerkzeugen besetzt. An Zahl und Art der Werkzeuge werden der zu erwartenden Geologie angepasst. Hinter dem Schneidrad befindet sich die Brecherkammer. Die Kammer ist im Betrieb komplett mit Bentonit geflutet. Die aufgepanzerten Speichen des Rades fungieren als Malwerk nach dem Prinzip einer Kaffeemühle. Die größeren Gesteinsbrocken werden so zerkleinert, damit sie durch die Öffnung am Rechen passen und abgefördert werden können. Die Förderleitung in Systemfarbe grün saugt das abgebaute Erdreich mit der Bentonit-Suspension zusammen an und fördert sie nach draußen zur Separationsanlage. Dort wird das Gestein von der Bentonit-Suspension getrennt und diese wieder in den Maschinenkreislauf zurückgeführt. Im Verlauf des Vortriebs müssen die auf die Betonroh-Elemente einwirkenden Kräfte möglichst niedrig gehalten werden. Eine Möglichkeit dafür ist die Schmierung des Rohrstrangs mit Hilfe von Bentonit-Injektionen. Das Bentonit wird in den Ringspalt zwischen Rohrmanteln und Erdreich injiziert und breitet sich auf der Rohroberfläche aus. Es dringt in das umgehende Erdreich ein und sorgt so für eine Reibungsverminderung. Eine weitere Maßnahme, um die Presskräfte der Vortriebsrohre nicht zu überschreiten, ist der Einsatz von Zwischenpressstationen. Diese sogenannten Dehner-Stationen bestehen aus einem Stahlmantel mit Hydraulikzylindern. Die Vortriebskraft der Hauptpressenstation wirkt dann nur noch bis zur ersten Dehner-Station. Diese Dehner-Stationen wird beim Ausfahren der Hauptpressen zusammengefahren. Danach wird die Hauptpresse in ihrer Position verriegelt und fungiert nun als Widerlager. Die Mantelreibung wirkt somit nur noch auf dem momentan bewegten Teil des Rohrstranges. Nur dank der Bentonitschmierung und Dehner-Stationen kann der gesamte Vortrieb ohne Zwischenschächte erfolgen. Die Lage des Tunnelvortriebs wird mit Hilfe eines lasergestürzten Vermessungssystems kontrolliert. Bei geraden Trassen und Haltungslängen bis zu 300 Metern kommt das elektronische Lasersystem ELS zum Einsatz. Dabei befindet sich der Laser in Startschacht und die Zieltafel in der Maschine. Der Auftreffpunkt des Laserstrahls auf der Zieltafel wird elektronisch ermittelt und über eine Datenleitung an den Auswärtcomputer im Steuerstand weitergegeben. Dort werden die Vermessungsdaten grafisch und numerisch auf dem Monitor dargestellt. Bei Vortriebsstrecken über 300 Metern oder bei Kurvenvortrieben gibt das sogenannte System dem Schildfahrer ständig aktualisierte Informationen über die räumliche Position und Richtung der Maschine. In der Zielbaugrube wird die Maschine demontiert und geborgen. Die Baugruben werden rückgebaut und die neue Leitung kann den Betrieb aufnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017